Okay, da sind doch besser geschützt die Doten. Könnt ihr ran, bla bla bla, Punkt, fertig. Das soll doch Sinn. Und dann habe ich an den Lernstück jetzt immer mehr ausgebaut. Sieh da. Das Haus hat noch schön proper geschützt. Da können eventuell noch so Plakken hin kommen. Aber ja, können wir den Geld nicht mehr nehmen. Okay, das ist jetzt noch fertig. Siehst du, da landst du? Ja, es geht besser aus wegen Enterprise. Ich weiß nicht. Und da können wir noch eine Schubdüse hin, etc. Und ja, da kommen noch andere Sachen hin. Aktuell sind wir relativ gut dabei. Wie gesagt, wir gehen einfach mal gucken, wo die Low-Bobs sind. Aktuell noch. Oder sollen wir uns jetzt erstmal... Und... Sollen wir auch wägen? Komm, wir wägen jetzt einfach mal uns wehendrun. Wir sind... Und du gehst da nur was Schilder aus, Mann. Guck dir. Sieh da. Was muss ich reparieren? Das geht bei mir. Repair all. Du. Und das... Das... Das bleibt immer. Ähm... Speziale wie der Tote wie der Tote. Gibt mir was. Sieh da. Hopp. Wo du wirst du Geld bei? Und das geht immer so weiter. Immer so weiter. Also können wir tatsächlich unseren Reaktor bauen. Bauen eh. Und die anderen bauen wir nix. Da hinten. Dann haben wir tatsächlich unsere Stromprobleme gelesen. Anführungszeichen. Mehr. Warte mal oben noch schnell machen gehen. Ähm. Du wirst... Ich will nicht. Mehr. Ich fange nicht. Muss aber sehen. An dem Fall. Ich muss ein... Platz für die Machen. Okay. Sieh da. Worum Duplo Pipil mehr gebaut geht. Dann äh. Komm. Dann gehen wir euch den Tote an. Dann holen. Und dann kriegen wir dann einen äh. Großen ähm. Entriebe. Ähm. Partisch großen Entriebe. Ähm. Ein Chor. Für meinen Kontrasetzen. Und äh. Wie ist es? Elektrische. Reaktor. Wie gesagt. Das ist der Tote Spiel. Ich fange nicht auf fünf Geschoss. Ne. Ich kann noch... Noch immer kein Chor. Okay. Schaut. Ja komm. Wir gehen die Tote noch schnell holen. Uh. Die haben da zwei. Autsch. Okay. Okay. Guck mal. Du hast tatsächlich Fütigang da. Du bist ja da. Du hast Fütigang da. Teste. Was... Wir müssen da bisschen klacken. Das ist immer so learning by doing. Was du kannst. Ähm. Apropo. Ich hätte ich manchmal mal... Ähm. Da haben wir jemand vergessen. Und dann. Du. Was bleibt tief. Wir können die auch noch aufziehen. So. Gut wichtig. Dann. Gib ich so hin. Setzt mal. Den zweiten Generator. Tohine. Ähm. So. So. Und dann. So. 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 Und dann. So. 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 ok das geklärt dann ja oder was geklärt ne du hast da rindo sensoren und schacht kein dran sondern so muss doch versetzen obwohl sie sind so wie ja sein so sind tatsächlich richtig und den abkündig 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 ab die johannes weg du wahnjappers sie da gott gott er vorab gefällt ammaximum anja der tisch dort Du könntest mal tatsächlich noch einer draufsetzen, jetzt mal auf dem Schubdüsen und wir können überall da draufsetzen, wieviel kostet denn die? Oh, das geht, die kostet aber auch nicht viel. Okay, das sind die vom Augen. Gut, das hat er dann. Ja, okay, die können sich auch noch direkt die Kurs draufsetzen. Eigentlich. Guck mal. Ich meine, sie sind aber nicht manövriertfähig. Die wissen wir uns überhaupt. Gut. Ja, ich war mir auch von meinem Schiff aus. Wobei weiter mich heisst. Und ja. Komm, geh mal die dort nochmal nachprobieren. Jump. Engage. Gut. Und dann machen wir mal ein Karpus, was ich schon die ganze Zeit hatte. Sollte mal. Menü. Safe. Und dann machen wir da einfach mal. Oh, safe. LP. Gut. Da wirst man dann sagen, let's play as that. Und dann gehen wir mal raus. Ah ja, war ja schon noch nicht gewesen und die können doch viel mit Luis machen. Lass das Bullshit. Lass das cool für den Auffang. Wenn ich nicht weiss, wie es richtig geht. Ich nehme mal plus Feuer. Gell. Gut. Und da könnt ihr nur eine Pause machen. Da könnt ihr auch aufsetzen. So leiden wir es da vorne nicht. So geht, gell. Und dann. Dort oben. Gut. Und da ist so. Cool. Wie schon. Schon die Lösung wird da gesieht wie die Geige noch. Ja. Ich wusste eigentlich genau. Wie gesagt, der dort. Schiff, was ist das schon cool gemacht. Ich wusste noch, was ist noch ein bisschen ein großes Turbine zu machen. Du noch ein bisschen ein großes Turbine zu machen. Und da geht das schon. Und da kann man dort ein bisschen rausziehen. Und da kann man vielleicht noch einen großen Sensor ansetzen. Ja, was ist das. Die Schöpfung ist gut so weit. Wir kommen relativ gut Feuer. Wie gesagt. Wenn ich in einem anderen Stil vom Modell habe. Wie bauen will. Wie bauen soll. Das ist egal. Was. Alle nur in den Leben erfahren können. Die gibt es auch. Die Zimmerjahr. Und die sind ein neues Schiff. Man kriegt, wie gesagt, schon gut die Damage auf. Und die anderen hast tatsächlich komplett die Zimmerjahr. Oder soll auch weitergehen. Ok, Panzerung ist wieder weg. Wie gesagt. Leber Panzerung wieder tut. Und das geht mit der. Naja. Gehen wir mal bei den nächsten Hei.